Luka, Stein, Jesper, Daniel, Lem. Ja, let's go! Für die Jungs war das ein Highlight natürlich. Wir sind ein Amateurverein. Das ist so einmalig, dass sie gegen die Bayern spielen dürfen. Luka, front, front, front! Sehr schön, ich kenn's dich. Ich bin der Trainer von der Vierze. Super, schön. Habt ihr die gute Anleitung gehabt? Ja, wir sind schon seitens weitergegangen. Ja, schön, schön. Ich hab gesagt, ich war noch nie hier. Das ist natürlich auch noch relativ neu. Aber es hat mir super gefallen. Da muss ich sagen, und das habe ich auch als Trainer gesagt, ich glaube, das ist eine wichtige Rolle für die Begleitung hier. Vor allem, dass die Jungs wirklich realisieren, was sie hier alles haben. Das ist ein Traum. Das muss man wirklich realisieren und voll benutzen. Und alles rausholen, was du hier bekommen kannst. Er hat gesagt, dass er ihn noch nicht gesehen hat. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, wir können ihn ja auf jeden Fall zeigen. Und gerade auch für die Jungs natürlich war es etwas sehr, sehr Besonderes. Und man hat schon gesehen, dass er ihn sehr gut gefallen hat. Die Möglichkeiten, die wir hier haben, sind unglaublich. Und dann hat er ein Groen Ringtie branden. In etwa 7, dann muss ich ihn aantikken, sprinten. Und dann muss ich hier immer wieder zurückkommen. Mit je Handen? Mit je voeten? Mit je voeten? Mit je voeten. Ja, das ist ja. 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 Wir haben gegen Big Quick U15 gespielt. Die Mannschaft wurde gecoacht von Ayn Robben. Ich denke, deshalb ist es etwas Besonderes gewesen. Für uns alle. Nicht nur für die Big Quicken Jungs, glaube ich, war es was Schönes hier am Campus zu spielen. sondern auch für uns natürlich die Präsenz vom Bayern mal live mitzukriegen, ist schon was Schönes. Für die Jungs war das natürlich ein Highlight. Wir sind ein Amateurverein und das ist so einmalig, dass sie gegen die Bayern spielen dürfen. Zumindest ein Tor gemacht, hätte vielleicht noch zwei, drei sein können. Aber das war nicht das Allerwichtigste für die Jungs schon. Die möchten natürlich immer ein Ergebnis. So kann ich mich gut verabschieden von der Mannschaft, weil ich höre dann auf. Aber das war toll. Wenn ich den Drucker aufhebe, mach es dann erst kompakt, anders wird ich ihn weggespielt. Ich fand ihn immer schon extrem beeindruckend. Vor allem seine Tore, wenn er in die Mitte gezogen ist und dann ins lange Eck geschossen hat. Es war wirklich immer total toll, das zu sehen. Es war echt ein cooles Erlebnis. Vor allem zu sehen, wie er coacht und auch vor ihm zu spielen, damit man ihm zeigen kann, was man kann. Das Wichtigste für mich ist jetzt die Familienzeit und das möchte ich genießen. Und meine beiden Jungs, die wechseln zur FC Groningen und da möchte ich auch Zeit verbringen. Aber genauso mit meiner Tochter, da möchte ich halt viel Zeit verbringen, weil da habe ich schon einiges verpasst. Wenn er bei mir in der Mannschaft ist, ist es genauso die gleichen Regeln wie für alle anderen. Aber es macht es auch schon etwas Besonderes. Ich meine, dafür habe ich es auch gemacht. Ich möchte diese Zeit verbringen mit meinen Kindern. Ich habe es schon einmal hier gemacht, wo wir noch hier gewohnt haben, in Grünwald, mit der Kleinen und jetzt mit der Größeren. Also der nächste Schritt wäre vielleicht Hockey, aber dann muss ich erst das Spiel ein bisschen besser kapieren. Vielen Dank, alles Gute für die Zukunft. Ja, ebenso. Schön, dass wir hier sein durften. Ja? Gut, danke.